einen wunderbaren guten morgen also an diesem campingplatz hier ist echt vieles nervig also erstmal diese millionen an moskitos das ist echt unfassbar und hier an der straße das ist wie schlafende auf der autobahn jetzt am wochenende ging es ja das ist mir gar nicht so aufgefallen und auch durch diesen prasselnden regen nicht ja aber seit morgen um fünf liegen ich war so jetzt habe ich schon das meiste irgendwie ausgeräumt das dauert natürlich immer eine weile wenn man so drei tage im zelt ist dann müllte es echt zu und jetzt geht es dran das echt unfassbar dreckige zeug zusammen zu packen ich hasse es also dieses zelt hat echt total versagt da guckt euch das an deshalb werde ich jetzt auch wegschmeißen so bringt mir das nix schade braucht man nicht kaufen so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020